Wir sind in die D3, also nicht D3 gehen, sondern in die hinterste Lanze, nicht Standard C5. Dritter? Sollen wir links rumlaufen oder willst du rechts rum? Links rum wäre lustig. Das war lustig. Wir lassen euch erstmal scouten und dann gucken wir weiter. Boah, ich komm hier nicht hin. Du für Unlauf genug. Kann B gehalten werden? Gucken wir mal. I-60. Ein bisschen. Aber jetzt muss ich raus. Oh, trauriges Ö. Katapult. Uh, fein. Das ist direkt mal aufregend. Ein Splatterpult sogar. Ein 6SM mit Atem ist auch noch. Der wird nicht viel Munition dabei haben. Uh, bestimmt ne XL. Sprengt den Seitentor. Sprengt es. Sprengt es. Vor mir? Vor Huri, vor Huri, vor Huri, vor Huri. Jaaa, Gama. Fein, hei. Mein Bein ist weg. Hübsch genagt. Kriegt es zu lang als Schmissers. Vielleicht lernt er auch schade. Egal, zerschmettert ihn. Ja und egal, auch nicht. Trauriger Werk. Amor. Entschuldigung. Washer weg! Jawoll, das kriegt er so. Waaaaaag! Hey, der Ritter, der narbt jetzt mit mir zusammen. Da haben wir ein paar mehr Ziele. Ne Ritter? Zwei Nager. Jaaa, da können wir alles nagen. Alles. Ja, alles. Das bringt ja nix. Doppelgenagt hält ja nicht besser. Ja, dann haben sie mehr Ziele zum Aussuchen. Oh. Das ist ja schön. Und das ist nicht mehr schön, ich bin schon wieder weg. Wir brauchen mehr LRMs. Auch wenn's nur schnell kurz da war. Grrrr. Oder du machst und ich mach LRMs. Ach scheiße, Base. F. So, jetzt kommen sie links rum. Ok, hab F nicht mehr. Alpha, Niagamek, Feuer. F. K. F. Die cappen unsere Base weiter, wir müssen zurück. Bunden, Ida. Bunden, Ida. Bunden, Ida. Bunden, Täter, Täter, Täter. Mangel, Rast, Täter. Oh, zu viele. Sehr viele, viele. Dieser dreckige Blackjack. Da. Hallo, hallo. Ach, Mensch. Hallo, hallo. Crap, Echo. Hallo, hallo. Wie geht's dir Base? Splat Cat. Juliet. Julia, schnell! Stirb mit Romeo. Ha, mit dem Medium Laser. So, Kilo, Arrow. Ich hab keine Munition mehr, ich bin nur noch ECM. Ich hab's nicht ins Getümpel. Ihr seid grad im CW, nehm ich an. Nein. Nein. Wir haben L.A.M. Spaß, viel fortgeschritten. Wir müssen trotzdem langsam wieder zurück. Ja. Auf die Base wieder mit dabei. Also ich weiß, es schmettert nebenbei die Crap. Wer braucht noch nen Invite? Ja, Roy. Ich bin hier wieder los. Was? Ich hab tatsächlich meine ganze Munition jetzt gerade perfekt gefreut. Einfluss habe ich nur übrig. Ich suchte ordentlich Schaden gegeben haben, dieses... Target acquired. Target destroyed. Wish? Wish. Ach, Cupra Zero kann ich auch. Die müssen bloß ein bisschen leichter werden. Ich glaub, die Warhawks müssen ein bisschen heavier werden. Oh, 632 Schaden. Geht doch, würd ich nur sagen. Das war Silvester. Das war es vielleicht Spaß. Das war Silvesterwein. Das war Silvesterwein. Vielen Dank.